Ich war immer mein größter Feind. Niemand anderer, nur ich. Und jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt kann ich damit aufhören. Also jetzt reicht es. Es ist genug. Jetzt bin ich so weit gekommen und wäre ich auch nicht so weit gekommen, auch egal. Aber ich kann jetzt endlich einmal beruhigt sein. Ich kann mich auf mich verlassen. Ich überlebe. Ich gebe etwas anderen Menschen, was mir auch wichtig ist. Und ich kann mit mir einverstanden sein. Weil, wenn ich es nicht bin, wie soll dann ein anderer mit mir einverstanden sein, wenn ich nicht schon die Vorlage gebe. Jeze, ich bin, wie soll dann ein anderes mit mirern. Ich kann mich sehr aufhören. Und ich kann mich nicht mit mir. Ich kann mich nicht mit mir. Ich kann mich nicht mit mir.